Weiterfahren, weiterfahren, hier gibt's nichts zu gucken, hier gibt's nichts was los, aber weiter, 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 okay, also, ganz kurz, wir haben, ähm, das Telefon ist aus. Wie macht man hier? Aber die Startpinal muss doch, nee, die machst du. Ja, na klar, du kommst, ja, logisch. Ey, na klar, du machst, ey, du musst Gridgirl machen. Na, ich muss doch noch erst anmoderieren, Freundin der Nacht. Eins, zwei, drei, nochmal. Oh, guck mal hier, der ist nackt. Äh, das ist natürlich, äh, eine, oh, oh mein Gott, how am I gonna do, eight minutes of this, and everybody watching me. Los, los, los! Oh, oh! Wasser geht's dir gut. Geht's dir gut. Ohne ist alles. Ey, Püffi, wie gut das Wasser hier? Tanz. Und dann kommt direkt ein, du bringst so Wasser, aber es ist ein Ding. Das wäre schon wieder lustig. Ey, was? Q&A beantworten werde. Na, das war falsch, okay. Können wir loslegen jetzt irgendwann auch nochmal, oder? Einmal mit Profis arbeiten, ehrlich gesagt. Einmal mit Profis arbeiten. Gibt's doch gar nicht. Weißt du, wie kostbar meine Zeit ist? Jetzt sitze ich hier, schon zehn Minuten raste ich komplett aus. Ja, klar klar. Training on Air. Jetzt werde ich die, die, oder davon ein paar beantworten. Mal. Also jetzt nochmal das neue Start, oder? Aber auch. Say it again, all that shit. Jetzt kommt der Start, eins, zwei, drei und los! Und den hole ich eigentlich bei jedem Fahrerwechsel mit rein und mit raus. Ähm, da ist er ja. Ja. Kann ich euch mal zeigen? Ja. Okay. Das ist Valerie. Test, Test, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Probieren. Läuft. Läuft. Ja, oder? Dennis ist fast an, Mann. Holst du die an? Fast an, Mann! In Weihung fast an! Läuft. 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 Ich heiße nicht Fisch der Vanilla, sondern auch Sie. Herzlich Willkommen. Also Dennis und Marc haben in knapp 20 Sekunden den Reifen gewechselt, wogegen Calvin und Dario ... Habe ich Calvin und Marc gesagt? Ich spreche weiter. Nein. Nochmal, nochmal neu. Und, Action! Klappe die erste. Ding, ding, ding. Ding. Oh, scheiße. Verkackt. Genau, es läuft. Das hab ich noch nie in der Hand gehabt, du Arschweiler. Losgelegt, erstmal ein paar Stopp. Wie hab ich mich darauf vorbereitet? Ich will irgendwas spannendes erzählen, aber ich bin eigentlich nur gefahren. Nennleistung geht, Nennleistung von Porsche ist, die haben wir gar nicht so genau. Scheiße, das ist eine scheiß Antwort. Haben wir keine Nennleistung? Sollen wir die alle auf dem Bild haben, die hässlichen Vögel? Ja echt, das war kein Witz, komm ab. Was meinst du, was ich für eine Verkaufsschlampe bin? Das kannst du jetzt mal sehen. Plänze Katze, die Verkaufsschlampe für Autonic Racing. Ich mach alles, Team Chef, Merchandising. Ich kann mich auch so ein... Oh mein Gott. Der ist richtig wild auf die nächste Gänse. Oh, geht mir her. Ich erwarte euch alles. Jetzt legen wir trotzdem mal hier los. Team Out funktioniert nicht, Alter. Hey Leute, willkommen am Lausitzring. Wir haben jetzt die Ehre, wir spielen das Spiel Tabu. Wird auf jeden Fall witzig, schaut rein und machen wir nochmal, oder? Ja, machen wir nochmal. Hey Leute, willkommen am Lausitzring. Ich kann es heute nicht. Wir können es. Was geht, Freunde? Wir sind hier die Stille 3 Affen... Hey Leute! Was geht, liebe Leute? Wir sind hier im wunderschönen Lausitzring. Und heute spielen wir ein bisschen Tabu. Mal schauen, wer gewinnt. In jedem Stint, dass wir halt nach jedem Stint wieder recovered sind. Okay, cut. Let's take a break. Was hat das Ding noch nicht unterschrieben hier, gell? Weitere greift.